Hallo, hier ist Eckart von Hirschhausen mit einem herzlichen Gruß an alle, die am Ozean-Festival heute hier in Berlin teilnehmen. Leider kann ich nur elektronisch meinen kleinen Senf dazugeben, das mache ich sehr gerne, denn ich bin Arzt, ich bin Wissenschaftsjournalist und ich bin Gründer der Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen. Wenn man sich die Erde anschaut, die hier eiert und sich dreht, dann wird einem klar, wie viel da eigentlich blau ist, wie viel der Oberfläche Meere sind, Ozeane. Und was die fürs Klima tun, da lerne ich jeden Tag dazu, seit ich mich so viel mit den Auswirkungen der Klimakrise auf die menschliche Gesundheit beschäftige. Unser Körper besteht ja auch zu 70% aus Wasser und das Wasser aus dem, der Körper von Mutter Erde besteht, puffert die Wärme, puffert das CO2. Da gibt es spannendste Bakterien am Meeresgrund, die das Methan zersetzen und damit ganz, ganz wichtig sind, ohne dass wir jemals Danke Ihnen gesagt hätten und, und, und. Also, die Ozeane spielen eine Riesenrolle dafür, dass diese Erde für uns Menschen bewohnbar bleibt. Und deswegen finde ich es toll, dass ihr euch für diese Themen interessiert, begeistert, davon weitererzählt. Denn das Ziel, auf das wir uns auch alle einigen können, ist, dass wir nicht das Klima retten müssen, sondern uns. Die Erde kann gut ohne Menschen, wir brauchen aber die Erde, wir brauchen gesunde Ozeane und dazu kann jeder was beitragen. Vor allen Dingen können wir den gemeinsamen politischen Willen, den Druck erhöhen, dass wir im September in der Wahl auch das zur obersten Priorität machen. Ich sage nicht, welche Partei man wählen soll, aber ich sage, wählt eine Partei, wo ihr glaubt, dass die kapiert haben, die Klimakrise ist echt, sie ist menschengemacht, Menschen können sie noch ändern, aber es ist höchste Zeit. Und es lohnt sich, auf die Wissenschaft zu hören, wir brauchen jetzt Politik, die radikale Emissionen senkt, dann haben wir noch eine Chance. Denn wenn man sich hier anguckt, es gibt einen hauchdünnen Saum, eine Atmosphäre. Und das ist der Riesenunterschied zwischen einer bewohnbaren Erde oder einem leeren, sinnvollen Universum. Die Erde ist der einzige Ort mit Wasser, mit Luft, mit erträglichen Temperaturen bisher und um wirklich alle zu motivieren, auch der einzige Ort mit Kaffee, Sex und Schokolade. Besser wird es nirgendwo. Also genießt Berlin, genießt die Ozeanwoche und wir sehen uns wieder. Wer Lust hat, am 20. September, da mache ich als Schirmherr der Hamburger Klimawoche eine ganz spannende Diskussion mit unter anderem Antje Boetius, einer Meeresforscherin, die in der Arktis war mit der Polarenstein und, und, und. Schaut euch das an, ich habe euch das alles verlinkt. Euer Eckart. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 unky, 2017